Ah, IT-Security. 2021 war ein Horrorjahr, was das anging. Erst Microsoft Exchange, später Lock4Shell und die ganze Zeit zwischendrin ein Haufen Angriffe und Hacks. Habt ihr alles auf meinem anderen Kanal verfolgen können. Doch jetzt, da Firmen angefangen haben, das Lösegeld nicht mehr zu bezahlen, jetzt da vielleicht auch ein bisschen mehr investiert wird in die Verteidigung und das schnelle wieder up and running sein, was kann da noch groß passieren im Jahr 2022? Die Antwort, so einiges. Wir starten mit der Verteidigung, denn die ist bei Weitem noch nicht bei allen angekommen. Ein Großteil der Firmen pfeift, was Security angeht, noch immer aus dem letzten Loch und manche patchen nicht mal ihre Lock4j-Bibliotheken. Kennt ihr ja alles. Ich vermute, dass vielleicht nicht nur 2022, sondern eher in den kommenden Jahren sich die Spreu vom Weizen trennt. Wer hat genug getan und wer nicht. Und natürlich gehört da auch ein bisschen Glück dazu, das darf man auch nicht vergessen. Wessen Mitarbeiter sind aber geschult und wer wird Opfer des Hacks und vor allem, wer lernt aus einem Hack und wer wird nochmal Opfer werden. So etwas ist ja immer extrem teuer und nach einem Mal ist es ja nicht unbedingt vorbei. Es wird ja immer mehr. Bleibt man nicht aktuell, wird es schlimmer und schlimmer und die Firmen, die nichts tun, werden den Betrieb einstellen müssen. Das macht Cyber Security als Markt natürlich extrem explosiv. Und ich möchte hier nur nochmal erwähnen, dass ich natürlich auch solche Schulungen anbiete, die Mitarbeiter sensibilisieren, aber auch Beratungen, die erstmal schauen, ob bis da alles in Ordnung ist. Wenn wir allerdings große Neuigkeiten erwarten, müssen wir mit KI rechnen. Ich habe ja darauf schon ein bisschen angespielt in den KI Trends letzte Woche. Mit einer KI Zugriffe Netzwerk Traffic Logs zu analysieren und darauf basierend Entscheidungen zu treffen, das wird eine gängige Praxis werden. Denn KIs, die quasi permanent mitlaufen im Monitoring, sind so viel schneller als ein Mensch das ist und können bestehendes Monitoring dadurch extrem gut ergänzen. Aber auch auf der anderen Seite, und das hatte ich bisher nicht erwähnt. Auf der anderen Seite müssen wir auch mit KI rechnen. Algorithmen, künstliche Intelligenzen, die den Malware-Code automatisch verändern, so dass Heuristiken und Hashwert-Berechnungen zur Erkennung von Malware einfach nicht mehr funktionieren. Das gibt es bislang, aber eben nur vereinzelt. Ich glaube, das wird deutlich mehr werden. Wodurch ist es natürlich speziell für Endanwender richtig schwer wird, sich zu schützen. Wenn selbst die großen Firmen damit überlistet werden können, dann vermute ich, kann Oma Gertrude, die gerade mal so das Smartphone bedienen kann, das heißt recht. Hier ist dann irgendwann die Frage, wie weit wollen wir eigentlich gehen, um Nutzer zu schützen? Soll eine KI möglicherweise die Mail des Enkels blockieren, weil es vielleicht wie ein Virus aussieht, oder soll die Oma gefälligst selbst schlau werden? Dass solche Angriffe auch echt nicht leicht sind, sollte klar sein. Und hier haben wir bei Ravel zum Beispiel letztes Jahr ein erstes interessantes Modell gesehen. Ravel erstellt die Angriffssoftware und verkauft sie selbst wieder weiter. Ein wenig später hat Logbit damit geworben, dass man als Mitarbeiter eines Unternehmens eine Beteiligung bekommt, wenn man die Ransomware installiert. Das ist ein beunruhigendes Schema, das Strukturen ähnlich der Mafia aufbaut. Entwickler, die zum Beispiel komplexe KI-basierte Angriffe entwickeln, dann ein Marketing-Team, das denen untersteht, das Affiliates sucht und dann die Affiliates selbst, die nur noch Erpressen ausführen und dann Support-Team spielen. Gerade bei komplexer Malware setzt sich das leider immer mehr durch und zeigt die Professionalität, mit der sich durchaus auch die Hacker umgeben. Doch auch die Ziele wandeln sich. Waren es vor einigen Jahren noch kleinere Unternehmen, sind es mittlerweile echte Größen wie Mediamarkt oder auch Behörden und kritische Infrastruktur gewonnen. Der Witz dabei ist aber häufig, es werden gar nicht die Großen selbst gehackt, sondern eher deren Zulieferer. Kaseya war ein tolles Beispiel. Ein eigentlich nicht allzu riesiges Unternehmen, das aber wirklich vielen Top-Unternehmen eine Software zur Verfügung stellt. Und schon kann man alle auf einmal übernehmen. Bei LOG4J war es ähnlich. Eine Open-Source-Bibliothek, weniger Entwickler und das halbe Internet hängt daran. Was, wenn noch so eine Bibliothek identifiziert wird und ein kleiner, einzelner, unscheinbarer Entwickler, der in seiner Freizeit daran schreibt, wird gehackt und sein GitHub-Account wird übernommen. Direkt sind ein ganzer Haufen an Websites betroffen, was wirklich gefährlich sein kann. Grundsätzlich muss man eigentlich als Entwickler mit mehr Gefahrenen rechnen in Zukunft und wir dürfen beten, dass nicht jemand die Lieferkette von GitHub zum Beispiel infiziert, denn dann sind gleich mal ein Großteil der Open-Source-Repos betroffen. Auch die Compliance, ein wirklich leidiges Wesen in der Security, wird zu einem immer größeren Monster. Richtlinien sind seit dem Homeoffice gewachsen und Regularien im Auge zu behalten, ist wirklich schwer geworden. Doch das muss sein, denn die Bußgelder beim Nicht-Einhalten, die können ein Unternehmen ebenso empfindlich treffen. Deswegen vermute, nein, eher ich hoffe, dass diese Monstren allmählich einem Standard weichen, den man leichter durchsetzen und pflegen kann. Alles in allem muss man aber wirklich sagen, es gibt ein großes Defizit in der IT-Sicherheit und ich persönlich habe das Gefühl, dass sich der Gefahrenbereich fast schneller entwickelt als der defensive Bereich. Im Umkehrschluss heißt das, wer nicht mithält und sich verteidigt, der wird überrollt. Bei kleineren Unternehmen mag man sagen, Pech gehabt, ihr habt euch nicht gekümmert. Doch was, wenn es die unterbezahlten Krankenhäuser trifft, die Verwaltung oder andere kritische Bereiche, die nicht fehlen dürfen, die nicht ausfallen dürfen? Ja, wir sind mittlerweile abhängig von IT. Das ist uns denke ich allen klar, aber ohne läuft es einfach nicht so reibungslos, wie wir uns das wünschen. Doch ein kleines Aus für einen wichtigen Dienstleister kann sehr schnell gefährlich werden, denn dann heißt es vielleicht wirklich kein Essen mehr in deiner Stadt, kein Strom in deiner und keine Gesundheitsversorgung übrigens in deiner. Sparen sollten wir an diesen Ecken wohl nicht. Und wenn ihr jetzt genauso den Bedarf an guten IT-Security-Leuten seht, dann schaut euch gerne meine Kurse zu diesem Thema an. Ich habe einiges, das euch helfen kann, selbst wenn ihr kein Interesse daran habt, in dem Bereich zu arbeiten. Ein paar Grundkenntnisse über 2FA oder Security-Keys sind immer gut. Und wenn ihr in dem Bereich arbeiten wollt, richtig geraten, auch dann habe ich was für euch. Denn Get in IT bietet euch eine Plattform, die euch in der IT Fuß fassen lässt. Ihr könnt euch dort kostenlos anmelden und euch dadurch auf deutlich über 8000 Jobs auf einmal bewerben. Denn alles was ihr tun müsst, ist ein Profil vollständig auszufüllen und eure Kenntnisse dort einzutragen. Nach ein paar meiner Playlists könnt ihr euch ohne Probleme Grundkenntnisse in der IT-Sicherheit geben, wenn nicht sogar deutlich mehr. Habt ihr die und stellt ihr euer Profil öffentlich, dann werdet ihr vermutlich überrollt mit Jobanfragen, denn die Firmen bewerben sich ja bei euch und IT-Sicherheit ist sehr gefragt, kann man so sagen. Und ehrlich gesagt, ich habe erst diese Woche wieder eine Nachricht auf Twitter von einem von euch bekommen, der dank Get in IT einen Job gefunden hat, der sich wirklich toll anhört und so etwas macht mich jedes Mal aufs Neue glücklich. Daher danke Get in IT, dass ihr dabei seid und sogar noch meinen Kanal dabei unterstützt. Von meiner Seite war es das. Mich würde aber noch interessieren, was denkt ihr wird dieses Jahr wirklich wichtig werden. Speziell in der IT-Sicherheit. Wo wird wohl am meisten geschehen? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.